hast du gesehen bist du live ich weiß wie es geht ok es geht ich weiß ja leute was geht ja leute ok jetzt schicken immer link wo jetzt schicken immer linken manchmal kleine behinderung aber nur manchmal also wenn ich sage es ist wenn man wollte ich mal oft um ein mikrofon ich kann nicht schreib einfach j k jj r lö Dom Life les was hast du für ein profil liga ist der ja ok ja warte ich schläge es also eine hat schon mal geliked also finde ich sehr frisch also eigentlich habe auch gleich habibi ich habe auch auf k auf was spiel zu machen also ich hab da tun jetzt oder kleiner lügner du sogar ich sehe es doch in einem spiel dazu mit kontrolle spitzung und es ist so ich hab es so eingestellt in der zweiten der grüßgültigen die kraft hier kann man ja das ansteigen hat sich so gut wie ich bin und ich hab ich um st nur mit dem ich also echt mit alter das team ist so verspätet nur also das das sieht so geil aus und selbst ich mal probieren zu fliegen zu lassen ich werde in verkacken da kommen hier hin so da bin ich jetzt okay bereit ich werde in verkacken ich werde in verkacken aber ich finde schon egal dass diese schnell sind wie bei pyramide bin ich noch schneller ich mach pyramiden hör mal auf ja verrückt also möchte wenn ihr einen edit trainer braucht aber weißt du es ist so leicht wenn du mit l3 edit ist und dann mit r1 leute ich habe ja noch nicht über makros ich schwöre es ist so ein makro nach unten zu mir nach unten zu mir war ich kann noch schneller es ist so geil aus im stream ich schwöre ich schwöre ich habe so fingerschmerzen probier mal so schnell wie möglich zu editieren auf der pc ja ist schon gut oder die hat schon gut das ist nicht gut seine mutter wurde von einer ungefütterten ziegel gefickt die man auf spektator modus und guck und zeig mal den melden wie ich mein meinst du bist dann guck ich dann dir danach zu mach jetzt So eine? So eine? Nein, ich muss nur meine Links nachladen. Oh Mann, fuck, Alter, 17er PV. Ich muss nur meine Links nachladen. Ich bin doch tot. Ich bin doch ältert, ich bin so schön. Ridgeplay. Ich bin doch ältert, ich bin so schön. Ah, shit, wie ging das nochmal? Parmesan auf Vertrag, gar kein Bock. Meine Fresse auf Rekord. Schick mal Link auf Vertrag. Ja, okay. Weiterleiten. What's up? Fortune, brother. Weiterleiten. Abgeschickt. Parmesan auf Vertrag. Gar kein Bock. Parmesan auf Vertrag. Gar kein Bock. Alter, schon drei Likes. Wer war der Ernst? Ja, aber wer hat der als erstes geliked? Ja, als erstes habe ich geliked, als zweites habe ich auch geliked auf mein iPad und als Hit ist keine Ahnung mehr. Ja, aber mein Handy geht erstmal aus. No front. Und? Ey, an alle. Ich sag euch mal Daniels Telefonnummer. Ja, aber mein Handy geht erstmal aus. Was? Nein, ich sag euch eine, die ihr alle spammen sollt. Soll ich machen? Ähm. Meinst du Cecilien? Ja, ne? Kannst du sagen, ich geh grad bei ihr nicht? Okay. Obwohl ich allerdings, also, obwohl ich, ähm, obwohl sie mich blockiert hat, aber... Okay. Soll sie kurz an den Niemann rufen? Ja, cool. Ähm, obwohl sie mich blockiert hat, aber... Leute, das ist ein Troll. Das ist ein Troll-Fortnite-X, äh, kreativ-Video. Also ihr seid ja eh leise. Also ihr seid ja eh leise, ihr kennt doch nicht. Ich spreche auf das X, äh, kreativ-Video. Okay, ich spreche auf es, seid alle leise. Also ihr seid Schröde, Jetsho, eine Chinese. Ah, ein geschmalk. Jetsho? Hallo. Jetsho! Jetsho? Ich hab keine Flapdinger, Shit! Ich ruf schon, ne? Ich rede jetzt einer auf Kanaka. Ach, Siri-Stimme! Ich ruf schon, ne? Ich ruf schon, ne? Ich ruf schon, ne? Ich ruf schon, ne? Ach, Siri-Stimme! Und danach Siri-Stimme! Hölle Sau! Ich hab deine Nummer im Internet gefunden, sag das! Willkommen bei AUTU! Ich ruf schon, ne? Nach dem Sieg, Nahtu! Ich ruf schon, ne? Ich ruf schon, ne? Willkommen bei AUTU! Deine Mütter ist lebendig in meinem Arschlochgesicht! Ich ruf schon, ne? Ich ruf schon, ne? Oh! Die werden auf deine Kanaka gestimmt. Ähm, das finde ich, wie jeder weiß, was... Soll ich an auf Kanaka? Auf normal! Hallo, Tana! Sicilien? Ja! Ähm, du meinst noch einmal, dass du Fortnite spielst? Ja, die hat gerade noch angerufen. Und ich weiß schon, wer das ist. Ähm... Was, hä? Also, du meinst noch einmal, dass du Fortnite spielst, ne? Ja, warum? Nee, mein Bruder spielt Fortnite. Kann er jetzt? Ähm... Mein Bruder ist gerade beim Freund Zocko. Und, äh, übernachtet heute bei ihm bei der Wochenende. Deswegen glaube ich... Lukas! Ich ruf, ich hab... Ich ruf gerade meinen Bruder auch an. Sehr lange, Lukas. Okay. Ähm, kein lang, ganz kurz. Tschüss! Ich ruf! Ich ruf! Ich ruf! Du ruf! Tja! Hey Digga! Ich habe gar kein Wort, was sie gesagt hat gerade verstanden. Sie sagt, mein Bruder ist bei einem Freund. Äh, wegen Wochenende und so was. Ich ruf! Ich ruf! Sie sag. Mein Bruder ist bei einem Freund. Äh, wegen Wochenende und so was. Ich ruf! Ich ruf! Gerrit! Ja! Ich habe gerade diese Dings gefloatet. Was meinst du? Also unsichtbar gemacht. Alter, hör mal auf! Hä? Aber wo schießt du? Hä? Das ist viel Glück, ich kann mich nicht bewegen. Hahahaha! Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Was denkst du, Digga? Komm mal, ich habe hier viele Werte. Trafst du dich jetzt an Dings bei McDonalds anzuprobieren? Das ist so auf den Nacken zu tun? Aber mit Privatan. Anonym aber. Anonym. Weil die wollten schon mal bei mir eine Anzeige machen. Ich weiß. Wirklich, weil ich ähm... Ich sag, ich will... Jona ruf mich privat an, Digga. Hallo? Der wird sagen... Ich sag, ich will... Charity, ich zieh von Frau Höhen! Ja? Deine Mutter hat eine Klampe? Charity, ich zieh von Frau Höhen! Wer ist das? Alter! Alter! Wer ist das? Deine Mutter hat eine Klampe? Ne. Ich schaue dir... Ich schaue dir das mal an. Ja, aber wer ist das? Keine Ahnung. Ich schaue dir das mal an. Ich hab Angst, ihr schaue dir das mal an. Ich sag's dir. Digga, ich rufe jetzt Magis an. Digga, das ist ja auch noch vor dieser Nummer. nein im internet doch nicht ja was denkst auch typ macht es nicht kopieren wo die dinge noch kopiert ist allein ich kann ich kann ich mein onkel kommt jetzt er wird nicht tot schlagen wenn er hört dass ich wenn er wenn er hört dass jemand anonniere ich mache wenn er weg ist schon wieder private nummer Mann, was willst du, Cecilien? Ich weiß nicht, wie du willst, wenn du willst, wo du gehst. Und ich geb'rückst, dass du die Nummer verkriegst nach deiner Schule. Ich hab' mir den neuen Schluck. Digga, Cecilien wüsstest du, geh' dir ein Blasen. Mann, Cecilien, tu mich allen noch witzig. Nein, Cecilien wüsstest du, geh' dir ein Blasen. Oder wie veröffentlicht ich denn deine Nummer? Ja, Digga, Cecilien, du kannst so scheiße synchronisieren und auch die App, die kenn' ich wie Frotze. Tschüss, also, sag' dein Vater, er hat keinen Schwanz. Ey, aber wie findest du die neue Season? Ey, ist voll geil, ne? Also, ich find' sie irgendwie von langweilig, weil eins... Ja. Also, es ist halt so, ähm... Also, wo? Nein, hab ich nicht. So? Ähm, es ist halt so, dass es alles anders geworden ist und man denkt so, du bist in die Zukunft gereist oder so. Ja. Mit'n Frauen. Hä? Nein. Nein. Guck. Dann guck' er sich, wenn ich editiere jetzt. Warte. Markus, dein Vater. Warte. Hoffentlich. Okay, ich wollte es mir gerade auch in One Pump geben. Ich hab' gesagt, hoff' nicht, mein Bruder. Mein Bruder. Alter. Alter, ich hab' dich. Ah! Ey, aber... Aber... Ich hab's ja auch nicht. Na, ich check's auch nicht, wieso... Die, das ist jetzt hier, wie mich die ganze Zeit anonym anruft mit diesem Dings. Stimmt jetzt aber. Hä? Aber... Sag mal, sonst veröffnen wir nicht deine Gruppe. 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 Sonst veröffnen... Okay, wir... Sonst veröffnen wir nicht deine Gruppe. Also, deutsche aber kann von deutsch. Mann, ja, das Wort ist schwer. Sonst veröffnen wir nicht deine Gruppe. Ja, ja, ja. Was ist daran schwer mehr, bro? Ah! Schwerer? Okay, sag' einfach das, okay? Ruf diese... Warte, ich ruf dich jetzt nur mal an... Ja? Und sag mal, was soll der Stück. Und sag mir, rufst mich noch einmal an, dann ähm... Dingens. Warte mal, ich weiß, ich hab ein Beweis, dass dies war. ich habe ein beweis dass sie es war ich habe sie doch gerade angerufen hallo ja ich habe sie ja gerade anrufen normal aber ich meinte doch du hast noch angeht die sportleitung geht nicht das anders da meinte sie ja am ende ja ich habe noch was zu tun ich muss jemanden anrufen ich bin einfach ich bin einfach aber was ich habe sie gestern die folge ist dann hat sie mich folgen das wird sie schreibt sie blockiert weiter gesperrten und dann auf einmal kommt die ja das ist sie warte ich muss jetzt normal alles auf live video ich mache ja angst ich habe mich blockiert nicht man nicht auf und egal sie ist selbst wieder wenn ich nicht gleich an wenn sie anruft dann sagt hier wir haben deine nummer auf mann alter ich hab grad so gut editiert und du verkackst ich will dir was zu zeigen kurz nicht killen guck mal ich weiß es jemand ist beigetreten so rot schwarz wer hat so einen tanz gemacht und dann war er auf einmal so richtig anders okay wo bist du bist du einfach die halk alter haben sie halt ja okay wenn du mich hörst dann bleib mal stehen und kill mich nicht und kommt vor mich kommt zu mir hallo hörst du mich ja bleib da bitte stehen ich darf bisschen weitergehen weil ich ein freund ein foto schicke so ungefähr so sieht die aus die hat mich gekillt ey warte mal ich kann es nicht hin komm mal her hier schüsse hier ich schiefe komm mal hier hin bitte bitte nicht kenne ich kann nicht hin okay ich bewege mich kurz aber wie alt ich habe sie gesagt und ich habe es geschickt und es ist gleich angekommen jetzt ist es angekommen die hat mich wieder gekillt alter hat sich nie gesehen halte die hat ja ich habe die heilig okay wenn du mich hörst da halb mädchen folgt eigentlich gleich jetzt hey jetzt bist du schon da jetzt habt ihr den skin wie du ich komme jetzt auch mal rein was hat das kombi also kommen zu mir hallo 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 also der hat dieses mieders erbeckling beziehungsweise das mit den handschellen im weiß dann zeigt man den spitzhacken da so eine diese blut spitzhacke glaub ich er zeigt man deine waffen dings so eine galaxy von diesen 1 in den max die nachgemacht hat ich komme dann aber nicht als dieser halk rein sondern als jennifer also diese normale ok wo bist du ich habe alles nachgemacht was ich baue mit metall warte mal ok wenn du mich hörst dann mach jetzt mal wieder dich zu halb frau ich gucke mich hin dieses die nachmachen machen hat ich zu halb frau wenn du mich hörst dann mach dich zu halb frau warte mal aber als ich die gekillt habe dann standen noch mehr stellen den bank macht dich mal zu halb frau hallo wer dieser nachmacher von dir warte jetzt nicht mal stehen wenn du da auch immer bist warte mal ich glaub mir ich krieg dich herzlichen glückwunsch du bist der dümmste der alles glaubt der zeiten der welt warte ich weiß doch dass sie 40 ok aber noch mal nachgucken mein kopf ist so gehören die rolle hat mich auch das ist ein solches machen ja komm was du ich habe schon mal angie an ja rufst du mal anruft um Warte, ich ruf Angie an. Wer ist das? Angelika. John Lee, ehrlich gesagt. Okay, warte. Welche Nummer soll ich anrufen? Warte. Nach Bürgerkrieg. Warte, welche Nummer soll ich anrufen? Ja, schien. Warte. Ähm, kannst du mal gleich Cecilien anrufen? Ich? Weil sie hat mich überall blockiert und schreib ihr mal. Also, oder ruf sie an und sag sie... Okay, dann leg ich auf. Reunert. Schreit ihr mal. Ach. Ruf mal Cecilien an. Ich kann nicht, ich hab keine Flette. Und sie hat mich blockiert. Aber warte. Ah, warte kurz. Hallo? Bei anderen. Äh, und mir. Zen? Ach so. Come on. Vielleicht, ich weiß nicht. Come on. Wolltest du ihm noch was sagen oder so? Vielleicht. Ich weiß nicht. Junge du mir? Wolltest du ihm noch was sagen oder so? Ich hab kein Arena gespielt. Junge du mir? Code von was? Ich hab kein Arena gespielt. Dei hat geändert. Ich kenn ihn echt nicht, Jatte. Sonst würd ich dir sagen. Aber ich kenn ihn nicht. Du kannst ihn machen, aber du musst mit Imbus Dings machen. Denkrad. Ich kenn ihn. Du kannst ihn machen, aber du musst mit Imbus Dings machen. Denkrad. Ich kenn ihn. Ich kenn ihn. Ich kenn ihn. G-M-A-D-G-M-A-D-G-M-A-D-G-M-A-D-I-L. Ok, hab ich. Dort. G-M-A-D-I-L. Ja, hab ich. Ich glaub niemand hab ich. Wem rufst du an? Wollen wir vorher nicht rumgehen. Beideal. Wo landen wir? Wissen nicht. Äh, wollen wir rufst... Der, wo landen. Komm, Schalti, Schalti, Schalti. Warte mal, bei welcher Season mein Onkel spielt. Wie viel hat damals überhaupt Dons Renegade gekostet? 1200 Euro. 2000? Ne, 1500 Euro. 1800 glaube ich sogar. Was? Oh ich glaube. Hier hat jemand Marco Gleiter! Okay. Weil Paul nicht? Irgendwann ich. Ich glaube. Lass ihn. Bitte 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 Bitte. Also ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich komme. Ich komme. Aber du musst auch Team, Team Lachen. Komm ich, ich komme mit ihm einfach. Ich komme. das war nicht die denn ich war es egal egal kommen dass nochmals heute und direkt er waffen und jeden ich glaube ich habe nicht in meinem konto was für ein konto Heute ist ein guter Tag Das macht was ich sagen Das ist was ich an und schmacht Lager, Lager Hey everybody Welcome to Avery Tries Where I, Avery, try So today I'm going to be making a candy skateboard And I know how much I read that baby skateboard audio Warte, I'm going to need a match Probier mal für mich RC-Metall to farm Okay, I have So and so Jemand baut runter Äh, mercy leg Wir gehen lazy leg, ja? Ja, oh, ich bin wieder drin Ich rufe gar keinen an, okay, Tyler? Ich will nicht wieder Ausdruck Diese schlampe ist es hier Wollen wir lazy? Ja Ich habe Markierungen entfernt mit dir So ein Gaul, so ein Gaul Das läuft bei Controla manchmal Hustle Hustle Stickwift Ja Was fliegt bei den Türken? Eigentlich fliegt Oder so Oder so bei Arabern Oder allgemein so Bei so Ausländern Äh, ich weiß nicht Latschen Ach, ja Und bei Arabern Und was, äh, was fliegt bei den, ähm Äh, was fliegt bei den PC-Spielern? Kassakon Controller Hä, das habe ich jetzt nicht Oh, er hat 1 HP Man Charge wurde so genervt, ne? Finde ich, oh Ich habe eine Million Jahre aufgeladen Also er ist echt jetzt one shot der Ocean Skin Ich muss, ey, nach der Also nach dieser Unruhe Ich muss die Screen beenden Weil es leckt halt Ja, schön, schön, schön Nimm mir mal ne Grau Pump mit Aber kein Charge Charge Und dann Drop auf Muni, weil du hast 2 und 3 Schuss Lara und Sarah und Lara Tano Ich hab schon mal Ich hab gestern einen Dance Monkey Ich hoffe du Scheiße Was war das? Copyright Angebt sich kein Copyright Was war das? Stellt aus und du löschst dich Okay Leute, ich veränderte das Spiel Ich hab's nicht gefallen Sondern alle Ähm, wenn wir Wenn es 5 Likes auf dieses Video schaffen Scheinmäßig Dann veröffentliche ich mir die Nummer von Cecilio Ja, dann veröffentliche ich, also schreibe ich in den Kommentaren die Nummer von Cecilio Können Sie alle ähm voll zu veröffentlichen Ähm, Termin Okay, tschüss Leute Sehen uns im nächsten Video Au!